Wer möchte denn beginnen? Janik Sammert für die Volksstimme. Hi zusammen, hi Leon. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen über das Thema Offensivfußball sprechen, weil das treffen wir ja zwei Mannschaften aufeinander, die eben halt genau für ihre Offensivqualitäten bekannt sind. Damit verbunden die erste Frage, was für ein Spiel erwartet ihr? Was für ein Spiel erwartest du? Ich glaube, das wird ein sehr intensives Spiel gegen Hannover. Wir wissen, dass Hannover sehr gut im Umschalten ist und darauf müssen wir vorbereitet sein. Mit einer guten Kontrabsicherung. Sicherlich wissen wir aber auch, dass Hannover uns auch Kontraubmöglichkeiten zulässt und wir versuchen, die zu nutzen und das Spiel für uns zu gestalten. Dann geht es ja am Freitag logischerweise wieder um Punkte. Es ist ein Flutlichtspiel. Viele FCM-Fans reisen mit. Wie viel Bock habt ihr auf diese Partie? Ja, sehr viel Bock. Vor allem jetzt, weil es eine kurze Pause war und wir noch einen gut zu machen haben von den letzten Spielen, ist die Mannschaft auf jeden Fall sehr heiß und versucht, die Spiele am Wochenende zu gewinnen. Dann nochmal Stichwort Offensive von Hannover. Wie schätzt du deren Offensivqualitäten ein? Ja, eine sehr gute Mannschaft Offensiv, weil sie mit Teuschert und jetzt Nielsen, der ist jetzt, habe ich gesperrt, haben die eine sehr gute Mannschaft. Die Ausspieler von Hannover schieben auch immer sehr mit hoch, mit dem und mit Köhn. Also ist es auf jeden Fall eine sehr gefährliche Mannschaft. Aber wir haben auch den Matchplan und denken, wie wir mit denen umsetzen können, dass sie auf jeden Fall gut dagegen halten und wenn nicht, sogar das Spiel gewinnen. Stichwort Matchplan. Du hast es gerade auch schon angesprochen mit Kontersicherung. Worauf kommt es vielleicht auch dann gegen so einen offensiv starken Gegner aus eurer Sicht auch noch an? Ja, auf jeden Fall. Die Zweikämpfe müssen wir annehmen und bestreiten und auf jeden Fall auch gewinnen. Gutes Durchschieben und Einrückverhalten von der ganzen Mannschaft und ja, auch eine gewisse Laufleistung muss gegeben sein, dass wir gegen so eine Mannschaft bestehen. Sören Fiedler für die Bild-Zeitung. Eine kurze Frage zur Defensive. Zuletzt gab es immer wieder das Gespräch und war immer im Gespräch, dass ihr zu viele Fehler im Aufbauspiel gemacht habt oder zu viele Fehler auch im Abwehrverhalten. Wie könnt ihr das in den Griff bekommen, dass es vielleicht auch mal zu Null wird? Ja, also es ist immer einfach gesagt, wir müssen einfach die Fehler abstellen. Wir wissen selber, dass wir sehr risikohaft spielen mit dem Aufbau. Es ist aber auch genau ein Ding, was die Gegner schwer verteidigen können. Und man hat, glaube ich, auch gesehen in den letzten Wochen, dass die Gegner uns nur geschlagen haben wegen unseren Fehlern, nicht weil sie stark aufs Tor gespielt haben. Und ja, es ist einfach da dran, dass wir das abstellen. Und trotzdem, obwohl wir die Fehler gemacht haben, selbstbewusst auftreten. Und dann denken wir, dass wir das so auch gut gestalten können und am Wochenende gewinnen. Du bist jetzt schon einer der Dienst-Altesten-Spieler beim FCM seit 2019 hier. Kannst du kurz nochmal für dich sagen, was das Besondere ist an dem Verein? Dass du jetzt einfach nochmal sagst, was du für Erfahrungen auch in den letzten Jahren alles gesammelt hast. Ja, die letzten Jahre waren ja ein Auf und Ab mit dem Verein. Also fast abgestiegen aus der Dritten Liga bis zum Aufschicken. Ja, es ist auf jeden Fall immer ein familiäres Gefühl. Die Fans und die Mannschaft stehen eng im Kontakt. Und auch genau die ganze Stadt auch. Und ja, egal wie es läuft, ob es gut oder schlecht läuft, die Fans sind immer da. Und als Mannschaft sind wir halt zusammengewachsen über die Jahre. Es gibt auch mehrere Spieler, die länger da sind. Und ich denke, es harmoniert einfach auch mit dem Trainerteam. Und ich denke, das ist auch ein Grund, wieso wir in den letzten Jahren erfolgreich waren. Du hattest schon einige Trainer jetzt hier erlebt. Was ist das Besondere an Christian Tietz? Christian Tietz achtet sehr auf Details, auf die andere Trainer nicht achten. Er kann sehr gut mit Spielern umgehen. Und ja, gibt uns auch ein Vertrauen, was nicht jeder Trainer gibt. Und spricht oft mit uns, was wir besser machen können, was schon gut war. und gibt ihm manchmal ein gutes Gefühl und ist sehr kompetent in seinen Fachgebieten und bringt den Spieler immer noch mal ein bisschen weiter. Und man lernt bei ihm nie aus. Also ich glaube, viele Spieler lernt immer noch mehr bei ihm, auch wenn sie schon eine lange Karriere hatten. Und ich glaube, das kommt dem Spieler auch zugute. Ich hatte jetzt noch zuletzt mal einen Bericht über dich gelesen, schon eine Weile her. Du hattest als Jugendspieler schon mal in Verletzungen, als du überlegt hattest, aufzuhören sogar. Was war das für eine Verletzung? Das war, ja, da war ich 14, hatte ich ein bisschen Knieprobleme gehabt. Ich glaube, es hat jeder mal gehabt so Wachstumsfuge. Morpo Schlatter hieß es, glaube ich. Und ja, wenn man jung ist, dann ist man mental vielleicht noch nicht so auf der Höhe wie jetzt. Und wenn es mal dann nicht läuft und man über ein Jahr verletzt ist, denkt man auch so, okay, gut, hey, die Freunde, die machen das und das. Vielleicht höre ich einfach auf. Aber ja, das war nur ein kurzer Gedanke und ich bin froh, dass ich doch dran geblieben bin. Okay, danke. Janik Sammert nochmal. Ja, ich würde nochmal das Stichwort Offensive hervorheben und zwar ist es ja tatsächlich so, dass ihr euch gegen Mannschaften, die ja mitspielen in der Vergangenheit, oft leichter getan habt als gegen Gegner, die sehr defensiv und kompakt sich darauf fokussiert haben, schlichtweg. Also liegt daran auch eine Chance? Wie siehst du das? Ja, Ich glaube, in der Liga ist es generell. Also gegen jede Mannschaft Chance zu gewinnen und wir wissen, Hannover hat auch vielleicht hier und da einen gewissen Druck. Wir haben auch eine gewisse Erwartungshaltung in der Saison und denke ich auch, dass sie gegen uns gewinnen wollen oder müssen und dann werden sie auch hier und da ein bisschen Risiko spielen und das kommt uns auch zugute. Also ich denke, Hannover will auch mitspielen, will das Spiel kontrollieren und will das Spiel gewinnen und wenn man halt so in ein Spiel geht, sind immer Räume da auch für uns und die hoffen wir nutzen zu können. Dann die letzte Frage meinerseits und zwar kann das ja sicherlich für Optimismus sorgen, dass ihr diese Räume bekommt. Was würdest du sagen dabei hinaus? Gibt euch jetzt Zuversicht, dass ihr da am Freitag mit drei Punkten wieder nach Hause fahrt? Ja, also wenn man jetzt das Karlsruhe-Spiel sieht, zum Beispiel haben wir jetzt eine Reaktion gezeigt zum Nürnberg-Spiel. Wir haben das Spiel über weite Trecken dominiert und wenn wir an dieser Leistung anknüpfen, gepaart mit den Torschotzen, die wir nutzen dann und halt hinten die Fehler abstellen, denke ich, wird es gegen uns immer schwer zu gewinnen und wenn das vorliegt, dann hoffen wir, dass wir jetzt die drei Punkte einfahren. Danke, Leo. Also Herrn Fiedler. Auch meine letzte Frage, hatte der Trainer mit euch nochmal jetzt in den Tagen zuvor gesprochen über disziplinarische Dinge, sprich, dass ihr nicht so viele gelben Karten riskiert? Ja, klar, das ist immer hier und da ein Thema. Die Schiri-Leistung ist immer als Spieler, glaube ich, man ist nie zufrieden mit der Schiri-Leistung und hier und da im Spiel ist es auch immer sehr emotional und dann kommen manchmal die Emotionen hoch und ja, dann wird halt hier und da vielleicht manchmal gemeckert, was denke ich, hier und da im Sport auch normal ist. Aber klar wissen wir auch, dass wir auf diese Dinge in der Zukunft aufpassen müssen, dass wir uns nicht solche gelben Karten abholen. Aber sonst, ja, sonst war es das eigentlich. Dann erstmal vielen Dank für eure Fragen. Kommen wir direkt zu den eingereichten Fan-Fragen. Einige haben wir jetzt in der Auswahl dann für dich, Leon. und die erste ist, wo siehst du dein größtes Potenzial? Größtes Potenzial? Ja, ich bin halt ein Verteidiger, der vielleicht ungewohnt offensiv agiert. Also ich mag es auch, offensiv dabei zu sein und das fordert Trainer auch ein und das liegt mir ganz gut. Natürlich darf ich die Wege nach hinten nicht vergessen, aber ja, ich denke, ich bin sehr zweikampfstark und laufstark und hoffe und kann damit der Mannschaft weiterhelfen. Ja, es wurde ja schon darüber gesprochen. Du bist jetzt schon einige Jahre bei uns, hast dich dann für die Rückennummer 19 entschieden. Welche Bedeutung hat denn diese Rückennummer für dich? Eigentlich eine wirkliche Bedeutung hatte die nicht. Damals gab es ein paar Spieler, die die Nummer 19 getragen haben und ich hatte halt die Auswahl zwischen 19 und 17 und ich habe gehört damals, dass Marius die Nummer 17 hatte, da habe ich gedacht, okay gut, dann nehme ich lieber die 19. Hast du einen Lieblingsfußballtrick? Eigentlich nicht, aber ich schaue immer gerne beim Roland Curie die Tricks zu, der kann sehr viele gute Tricks im Training und die sind auch immer ganz schwer nachzumachen, weil ja, der ist da ganz speziell, ganz gut drin. Eine weitere eingereichte Frage war dein Lieblingsteam nach dem FCM natürlich. Ich war früher sehr großer Arsenal-Fan und mich freut es natürlich auch, dass es bei denen gerade sportlich sehr gut läuft und ja, das wäre nach dem FCM mein Klub, wenn man Fan sagen kann. Und eine abschließende Frage noch, spielst du lieber in der Defensive oder in der Offensive als Erklärung, weil du ja als Offensivspieler damals zu uns gekommen bist? Ja, also ich fühle mich eigentlich ganz wohl in meiner Position, da ich hier bei dem Trainer eigentlich offensiv immer dabei sein kann oder dabei sein muss und deswegen liegt es mir eigentlich ganz gut gepaart mit den Defensive-Aufgaben, denke ich, bin ich ganz zufrieden mit meiner Position. Alles klar, Leon. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann am Donnerstag, am morgengigen Tag zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Hannover mit unserem Cheftrainer Christian Tietz. Danke.